kurz gucken ja gerade mal so eine drone uns besorgt oder das drohnenmodul und dann hatte ich entdeckt dass hier da da sind meine flug horn teile und die werde ich mir jetzt glaube ich besorgen aber erst mal ruhig mir das feuer das machen wir und zurückgeben jetzt erst mal nicht und das hatte ich ja gesagt gekommen ja so war das und hier ist auch noch neben flugschreiber war da oben waren wir auch schon wie sind wir da denn gekommen naja erst mal feuer und dann feuer 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 also gut wenn ich jetzt fliege dann lande ich da unten drin können wir den ärgern halt nehmen wir uns was stärkeres der sollte gar nicht weg was bist du überhaupt für ein vieh sollte bei dieser maschine ein rollrücken säure gucken wir mal wieder darauf reagiert der kam nicht mehr an vielleicht können wir das noch mehr machen von hier oben das macht spaß wieso flüchtest du riesen maschine tut immer noch weh was der hat gesessen ich muss nachsetzen so viel bringt die säure nun auch nicht kommen wir da noch hin kommen wir da noch hin ihr kommt schon wieder her bin ja nicht bescheuert und gehe runter und der nächste ihr wisst nicht woher es kommt ne und das ist auch gut so ihr seid sauer ich weiß der war gut aber lasst doch mal hier gucken der was kann zieht er weg und er bringt ja mal gar nichts dann nehmen wir lieber wieder den hier die sind beide schon ganz schön runter geschossen ja Der ist down. Und der auch. Hervorragend. Was ist das? Ah, hier sind wir schon beim Areal. Oh, das ist das. So, dann nehmen wir mal die schnelleren. Sehr gut. So, die ganze Schreierei bringt euch nämlich mal gar nichts. Looten, danke dir, Helferleinchen, finde ich gut. So, wo ist eine andere Trümmer, da, so, Steine wollte ich jetzt eigentlich nicht sammeln. Artig warste, eine richtige Hilfe, Dankeschön. Oh nein, jetzt habe ich natürlich alles verbraten für die falschen Viecher. Speichern wir mal. So, wie viele habe ich denn noch? Maschinenmuskeln kann ich nicht bauen. Scheiße. Okay, da muss ich doch wohl wieder mit den Kleinen zurecht kommen. Können wir diese auch so ein bisschen verarschen hier, die Dicken? Wo sind sie denn? Schockend ist viel Schaden verursachen. Es ist ein wenig verursacht. Ah, das wird mir nicht reichen. Haufe 12. Sauber. Ah, der kommt nicht. Aber der. Der ist weg. Der hat mich gesehen. Boah, nicht schlecht getroffen. Oh oh. Jetzt muss ich gleich auch noch los und mir neues Material für Pfeile besorgen. Na, herrlich. Was bist du für einer? Kriege ich dich leichter kaputt? Eventuell. Versuchen wir, die mal zu holen. Für ein bisschen mehr Munition. Na, also. Ein paar Muskeln, sehr gut. Lanzen, Bohrhorn. Ich bin immer noch gesichtet quasi. Was hat der denn da? Wieso hüpft der so? Was kreuchte und fleuchte ist. So, dann gucken wir uns nochmal wieder um die Dicken. Was hat denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Uh-oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, mein Freund, das war das. Oh, 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 oh. Ich hasse es durch diese... Sprich zu Ende. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, der ist down. hervorragend muss ich nur sehen und hoffen dass das richtige dabei ist flughorn die hörner muss ich abschießen ich habe doch abgeschossen mindestens wo sind die beide dauern wo er die brauchen aber habe ich noch moment habe ich jetzt alle habe ich immer aus dieser suppe raus ich muss ja so viel husten das geht schneller als du denkst so gespeichert das kann mir keiner mehr nehmen jetzt muss ich aber echt noch mal gucken hier kräfte neben jagd gegen durst was nicht nee es war ein auftrag fortdauern nein das war's und überbrückung ein horn fehlt ich fasse es nicht teile finden kann ich werde mehr erkunden müssen mehr erkunden müssen wenn man mal ein respawn braucht ist keiner da holen uns das feuer mal und dann kommen wir zurück und gucken ob die viecher wieder da sind da sind noch welche ne feuerreißhorn frost munition könnte hier helfen auch wieder nicht genug von scheiße teufel ihr sollt hier bleiben freund oder feind Okay, der greift mich zumindest nicht an. Vielleicht sollte man sich da vorher vergewässern. Ich finde das sehr cool, dass ihr mir mitgeholfen habt, die Viecher zu killen. Dann hätten wir es doch. Gucken, ob wir was gesammelt haben für Pfeile. Maschinenmuskeln nicht genug. Ich muss auch wieder Holz sammeln, was? Okay, vielleicht könnten wir jetzt zurückgehen und gucken, ob die respawned sind. Ein kleiner Blick. Hallo. Ah, da leuchtet schon wieder was. Seid ihr wieder da? Ich muss also als erstes mal eure Hörner abschießen. Ach nee, das sind die anderen beiden. Ja, da seid ihr ja wieder. Oh, da sind ja noch mehr. Komm her und ich kill dich. Alter, was hat der denn für einen Move drauf? Jetzt schwarze. Oh, der hat B. Auch. Ja hier. Okay. Du hast ja keine Ahnung. So, jetzt greife ich mir das Horn und dann geht es ab nach Hause. Ups. Okay, warten wir ab, bis sich die Aufregung gelegt hat. Immer noch nicht. Mein Reittier ist aber gehopst worden. Naja. Da können wir uns was Neues besorgen. Aber ich will jetzt zurück zur Basis. Hier ist noch ein Fragezeichen. Okay, dann reisen wir zu dem Feuer erstmal. Sobald die Luft rein ist. Hier zu jagen ist doch schon etwas gefährlich. 400 Meter. Sag mir nicht, ich muss das jetzt zu Fuß gehen. Da ist auch schon wieder der Bär los. One verschwindet dieses Symbol. Ach komm, ich hau einfach so ab. Oh, ein neues Reittier. Ganz knapp. Zack. Und los geht's. Oh ne, da muss ich nicht unbedingt lang. Habe ich das schon? Ja, natürlich habe ich das schon. Naja, komm. Den Rest gehen wir zu Fuß. Das ist eh zu schwer zum Reiten. Davon nehmen wir noch ein paar auseinander. Vielleicht gewinnen wir noch was. Ist das meiner? Egal. So. was ist hier da komme ich wieder nicht durch egal aber jetzt wissen wir was da ist nämlich ein blockierter weg ok gehen wir zurück zum feuer und reisen zurück in die basis und dann schauen wir mal dass wir die flug hörner überbrücken können und wieder das land bestellen das ist das und die schleifen und flexen schön ok jetzt bin ich gespannt wir gehen rein da gibt es ein feuerchen im wohnzimmer wo war denn noch das ding naja ich habe ja ein leitsystem ich will nicht ich will die quest die aufgaben die flugkorn überbrückung doch doch hoch zum ausgang soll das das ist irgendwie nicht richtig dass ich hier erst hin muss also leute das finde ich etwas seltsam was soll das ne irgendwo da drin ist doch mein labor da muss ich jetzt das ding hinbringen so wo waren das noch hier der raum sieht jetzt anders aus fabrikations material ok ich habe genug überbrückung herstellen so läuft das die erleuchtung die kann ich überbrücken die kann ich dann überbrücken und die sowieso habe ich von etlichen von gekillt hervorragend kann die brotstätten verfolgen von denen ich daten habe so was haben wir noch waffen upgrades bögen 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 die sind manchmal doch ganz nützlich die beutel will ich aber gar nicht upgraden vielleicht das sage ich jetzt aber vielleicht kommt später noch eine situation wo ich es doch bitter brauche und dann weiß ich es plötzlich zu schätzen kann ja nichts machen wie sie alle in dieses ding starren na gut schauen wir doch mal was haben wir denn offen welche quest ist jetzt ausgewählt jagdgebiete näher finde beute unternehmer wieso finde beute unternehmer stufe 8 ebenen wechseln ja überwachungsdronen modul kann ich noch schnell zu gaia bringen ich habe ja 22 neue und dann war es aber auch gut willkommen zurück hallo die drohne ist wieder verbunden ach so hier kann ich einfach nur wenn ich darauf klicke gucken wo die gerade ist das ist alles gefällt mir gut ja jetzt habe ich vier genau war das jetzt die gleiche hier können wir bestimmt am ende schön sehen wie alles wieder grün wird und so alles klar mit dieser aussicht und schauen wir mal noch haben in der nähe hier kamen wir nicht durch was ist das jagd gegen durst genau da wollte ich den anderen treffen ich könnte vielleicht noch mal ein bisschen weiter richtung norden gehen wenn ich dieses feuer nehme kann ich hier dran vorbei da ist noch eine brutstede ja reiß nicht ab ne aber wir sind schon wieder drastisch über die zeit und deswegen würde ich sagen schluss für heute ich danke euch fürs reinschauen und hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei bis dahin euer frisian schluss schluss schluss